Zweifellos ist Helene Fischer der größte Schlagerstar im deutschsprachigen Raum. Für ein wegen Corona ausgefallenes Konzerthighlight steht nun endlich ein Ersatztermin fest. Freundige Kunde für zahlreiche Fans der deutschen Schlagerquen Helene Fischer. Der Veranstalter verkündet einen Ersatztermin für das Highlight in Bad Gastein. Das Konzert der Sound und Snow-Reihe fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Bad Gastein, Österreich, auf diese Nachricht haben viele Anhänger von Helene Fischer sinnlichst gewartet. Nachdem das Event der Konzertreihe Sound und Snow aufgrund der Corona-Pandemie im April ausfallen musste, gibt es nun einen Ersatztermin, an dem das Highlight für Freunde von Schlagermusik nachgeheult wird. 26. März 2021 Helene Fischer Ersatztermin für Konzert in Bad Gastein Wie der Veranstalter mitteilt, wird der hellste Stern am deutschsprachigen Event-Himmel noch im ersten Quartal des kommenden Jahres das Konzert in den Kur- und Wintersport Mekka geben. Die neuerliche Terminfindung mit Helene Fischer hat die Initiatoren offenbar vor eine schwere Hürde gestellt. In der Mitteilung ist von monatelangen intensivsten Bemühungen die Rede. Es bleibt nicht nur bei der Vorankündigung. Fans von Helene Fischer können bereits Tickets für das Konzert-Highlight am 26. März kaufen. Das geht aus einem Posting der Lloyd G. Entertainment Group hervor. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. DeGreapnus, Sound und Snofgastein.de Der hellste Stern am deutschsprachigen Event-Himmel strahlt nun 2021 über Bad Hofgastein. Die Lloyd G. Entertainment Group freut sich bekannt geben zu dürfen, das mit Freitag, den 26. März 2021 ein Ersatztermin für das ursprünglich am 4. April 2020 geplante Konzert mit Superstar Helene Fischer gefunden werden konnte. Das ursprünglich für den 4. April 2020 geplante Konzert mit Helene Fischer im Rahmen des Sound und Snof-Festivals musste aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Nun endlich nach Monaten intensivster Bemühungen freut es uns als Veranstalter bekannt geben zu können, das mit Freitag, den 26. März 2021 ein Ersatztermin für das Konzert der erfolgreichsten deutschen Sängerin im Rahmen des Sound und Snofgastein gefunden werden konnte. Der Ticketkauf ist ab sofort wieder möglich bei AdO-Ticket, bei AdEventim Germany und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Helene Fischers und Anzilenze-Gastein-Konzert Lloyd-Gib-Entertainment Group Bad Hofgastein ein Beitrag geteilt von Lloyd-Gib-Entertainment Events at Lloyd-Gib-Entertainment Am Jul 9, 2020 um 1 Uhr PDT die Organisatoren teilen außerdem mit, dass sämtliche Tickets, die bereits für das wegen Corona ausgefallene Event im April 2020 gekauft wurden, ihre Gültigkeit behalten und Fans mit den Eintrittskarten auch Zutritt beim Nachholthermen haben. Helene Fischer, legitime Nachfolgerin gibt Sich ebenfalls die Ehre ebenfalls mit dabei sein wird eine Lokal-Matadorin, die in ihrer Heimat als die neue Helene Fischer angepriesen wird. Melissona Hschenweng Schon für das ausgefallene Konzert im April in Bad Hofgastein war die Kernerin als Special Guest für das Vorprogramm vorgesehen, dies wird 2021 nun Aller Voraussicht nach ebenfalls der Fall sein Punkt dann verfällt der kleine Ort südlich von Salzburg letztlich doch noch in den Ausnahmezustand, denn die Veranstalter erwarten Für den Auftritt von Schlagerstar Helene Fischer, 35, die größte Evakuierungsgeschichte Video Wiedervereinigung zwischen Fischer und Silbereisen Ende Juli Fischer Ex-Florian Silbereisen wird am 25 Jule bereits das nächste Schlager-Event ihm erst moderieren Viele TV-Zuschauer wünschen sich da natürlich einen ganz besonderen Gast Meganus gibt es aktuell auch für alle Heavy-Metal-Fans Das legendäre Wacken-Festival wird nun doch auch in diesem Jahr stattfinden Die Veranstalter 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 Bis zum nächsten Mal.